Wir reden also über Männer. Über Verantwortung haben wir ja bereits gesprochen. Wenn wir die heutige Situation betrachten, wo liegt das Problem? Wieso gibt es so viele Scheidungen? Weil Mann und Frau nicht miteinander klarkommen. Man muss sich bewusst machen, dass Mann und Frau zwei gegensätzliche Geschlechter sind. Sie werden sich nie gegenseitig verstehen. Der Verstand eines Mannes funktioniert auf die eine Weise, der einer Frau auf eine andere. Eines der häufigsten Probleme ist, dass der Mann versucht, aus seiner Frau einen Mann zu machen. Es heißt dann, wenn du es nicht auf meine Weise verstehst, wenn du nicht so denkst wie ich, wenn du nicht wie ich urteilst und die Probleme nicht auf meine Weise löst, dann bist du dumm. Du solltest wie ich sein. Die meisten Probleme haben etwas damit zu tun. Die Männer versuchen aus ihrer Frau einen Mann zu machen. Das ist nicht richtig. Die Frau denkt und nimmt die Welt auf ihre eigene Art und Weise wahr. Ihre Art ist überhaupt nicht schlechter als die des Mannes. Sie ist aber absolut anders. Die Frauen sollten auch als Frauen wahrgenommen werden. Sie sind nun mal so und das sollte man schön finden. Heutzutage wird ein Stereotyp der Frau propagiert, der die Frau als absolut unfähig darstellt. Das stimmt natürlich nicht. Das stimmt natürlich nicht. Frauen sind sehr begabt, sehr standhaft, sehr geduldig. Sie müssen eigene Prüfungen bestehen und haben einen spezifischen Freundeskreis. Heutzutage heißt es, dass Blondinen dumm seien. Doch in Wirklichkeit sind sie Gottheiten. Frauen haben ihre eigenen Lehreinheiten und Prüfungen, genauso wie Männer ihre eigenen Lehreinheiten und Prüfungen haben. Aber man verlangt von den Frauen, dass sie den Männern ähneln. Das ist nicht richtig. Das ist ein Problem der modernen Gesellschaft. Genau. Die Männer fordern das und das ist das Problem. Wieso sollten die Männer alleine dafür verantwortlich sein? Eine Scheidung hat sowohl mit dem Mann als auch mit der Frau zu tun. Ich meine, dass die Frauen mithilfe des Fernsehens zombiert werden. Damit werden ihnen männliche Qualitäten anerzogen. Die Frauen sollen wie Barbies werden. Sie sollen keine Kinder bekommen und sich nicht um die Familie kümmern. Die Frau soll eine Superwoman sein und mit einem roten Chevrolet und einem weißen Schal herumfahren. Über Frauen reden wir morgen. Heute geht es um die Männer. Am besten sollte man mit Frauen und Männern getrennt reden. Sie haben ja recht, nur sind das Frauenprobleme. Es gibt Sachen, die Männer am besten gar nicht hören sollten und die man nur mit Frauen besprechen sollte. Gleichwohl gibt es Sachen, die Frauen gar nicht wissen sollten. Denn Mann und Frau sind zwei absolut unterschiedliche Wesen, das heißt, dass Frauen und Männer die Welt auf eine jeweils eigene Art und Weise wahrnehmen. Es wäre am besten, wenn wir hier ein reines Männerkollektiv hätten, dann würde ich hier ganz anders reden und nur mit Frauen wiederum auch ganz anders. Ich kann mich an meine Inkarnationen sowohl als Mann als auch als Frau erinnern. Ich erinnere mich also daran, wie Frauen die Welt wahrnehmen und wie man mit ihnen umgehen sollte. Der richtige Umgang mit Frauen gehört zur Verantwortung des Mannes. Heutzutage ist der Umgang der Männer mit ihren Frauen meist falsch. Man müsste die weiblichen Fähigkeiten der Frau fördern und entwickeln und nicht ihre männlichen. Die Frau sollte gar nicht arbeiten. Was ist das für ein Mann, der seine Frau arbeiten lässt? Mann heißt auf Russisch Muschina, also übersetzt das Qi des Iegarten. Qi ist die Lebensenergie. Wenn du also ein Mann bist, der über Qi verfügt, wie kann da deine Frau für einen Fremden arbeiten? Wie kann das sein? Unsere Frauen arbeiteten nie. Sie hatten in der Familie sehr viel zu tun. Wenn die Frau in der Familie lebt, wie eine richtige Mutter, wie eine Hausherrin, dann wird sie reichlich zu tun haben. Wie soll sie da noch mehr arbeiten? Wir zwingen sie aber ein Mann zu sein. Sie soll arbeiten, weil die Familie nicht genug Geld hat. Was ist es denn für ein Mann, der die Familie und die Kinder nicht versorgen kann? Das ist ein falscher Ansatz. Und das ist das Problem. Die Frauen verstehen das intuitiv. Sie spüren zwar, dass mit dem Mann etwas nicht stimmt, aber wissen nicht, was es ist. So sind Frauen geschaffen. Sie sind intuitiv. Und schließlich wird die Familie zerstört, weil die Männer falsch mit ihren Frauen umgehen. Das Problem liegt aber noch viel tiefer. Dieses Problem wurde künstlich geschaffen, weil die Männer keine Arbeit haben, vor allem nicht in den Städten. Deswegen muss der Mann entweder eine schlecht bezahlte Stelle annehmen oder Frauenarbeit machen oder sogar kriminell werden. So wird der Mann erniedrigt. Ich kann da nur sagen, wie ich dieses Problem gelöst habe. Ich habe einfach der Stadt den Rücken gekehrt und bin an einen ganz entlegenen Ort gezogen. Dort gab es nicht einmal Straßen. Es gab nur einen Landweg, weil dort Holz transportiert wurde. Dieser Ort ist so weit weg, wie es nur geht. Wo liegt denn dieser Ort? Das ist hoch in den Bergen, im Kaukasus, in der Gegend von Krasnodar. Weiter ging es nicht. Dort habe ich meine Familie versorgt. Gab es dort schon ein Haus? Ja, genau genommen wurde mir das Haus geschenkt. Mein Bekannter sagte mir, dass er dort ein Haus habe. Es ihm aber zu weit und zu abgelegen sei. Er hat mir angeboten, dort einzuziehen. Ich sagte ihm, dass ich kein Geld habe, um es zu kaufen. Er erwiderte, dass ich es bezahlen kann, wenn ich das Geld hätte. Dort gab es einen guten Garten. Ich erntete dort alles und lieferte die Ernte an den Staat. Den Erlös gab ich meinem Bekannten. Nach ein paar Jahren habe ich so das Haus bezahlt. Es war also praktisch geschenkt. Es gab dort Häuser, die man für eine Flasche Wodka kaufen konnte. Gingen Ihre Kinder zur Schule? Es gibt dort eine Schule. Damals war man gezwungen, die Kinder zur Schule zu schicken. Also mussten auch meine Kinder hingehen. War Ihre Frau damit einverstanden? Teilt sie Ihre Ansichten? Ja, weil das unsere Tradition ist. Der Mann ist die Nadel und die Frau der Faden. Wo die Nadel hingeht, da geht auch der Faden hin. Ich habe ihr gesagt, dass wir keine Kinder bekommen würden, solange sie dieses und jenes nicht erlernt habe. Ich habe ihr erklärt, wie man Energie benutzt und sagte zu ihr, wenn du Kinder willst, dann sei bitte so gut und erlerne das. Was genau? Die Steuerung der sexuellen Energie. Ich habe das also am eigenen Leib erfahren. Es ist möglich, die Familie zu ernähren, ohne dabei das Gesetz zu brechen oder die gesellschaftlichen Gepflogenheiten zu verletzen. Sagt man, das sei nicht möglich, sind das nur Ausreden. Freunde von mir ziehen um und kommen dort gut klar. Das ist also möglich. In der Stadt geht das nicht. Da stimme ich ihnen zu. Aber sie ist ja auch eine Müllhalde. Wieso sollte man dort leben? Meine Kinder hatten keine einzige Kinderkrankheit, weil sie in der Natur lebten. Ist es denn möglich, in der Stadt gute Nachkommen großzuziehen? Nein, ist es nicht. Was halten Sie von der Idee, dass die Frau, wenn sie arbeitet, trotzdem den Mann als oberste Instanz ansehen sollte, da sonst die Beziehung leiden würde? Fragen Sie doch die Frau, ob sie auch noch für die Familie sorgen kann, wenn sie irgendwo arbeitet. Das ist unmöglich. Wie sollen die Kinder gesund bleiben, wenn es keine Kuh im Haushalt gibt? Die Kuh ernährt die Familie. Meine Frau muss jeden Morgen die Kuh melken und ich muss das Heu mähen und den Mist entsorgen. Die Frau hat also ihre Aufgaben. Wie soll sie da noch arbeiten gehen? Aber was soll man tun, wenn man beispielsweise noch in der Stadt leben und arbeiten muss, um eben ein Haus auf dem Land kaufen zu können? Heutzutage kann man in Russland ein Haus praktisch umsonst bekommen. Viele Häuser sind verlassen. In den Dörfern findest du nicht einmal mehr die Besitzer. Man kann sich also mit den zukünftigen Nachbarn verständigen und einfach einziehen. Ich habe Freunde, die ganze Dörfer für ganz wenig Geld kaufen. Es sind verlassene Dörfer. Sie ziehen dort ein und leben dort. Muss die Frau dem Mann folgen? Sie ist dazu verpflichtet. Wenn sie nicht will, kann sie gehen. Niemand zwingt sie dazu. Bei wem sollen dann die Kinder bleiben? Im Idealfall bei dem Vater. Die Gesetze sind zwar auf der Seite der Frau, doch nach unserer Tradition bleiben die Kinder beim Vater. Wieso könnten sie nicht bei der Mutter bleiben? Die Frau kann weder einen Jungen noch ein Mädchen alleine großziehen. Ein Mädchen wird ja später zu einer Ehefrau. Kann denn eine Frau wissen, was der Ehemann von seiner Ehefrau erwartet und über welche Qualitäten sie verfügen sollte? Wie soll man die Tochter erziehen, damit sie eine gute Ehefrau wird? Das weiß nur der Ehemann. Eigentlich steht in den Wegen, dass die Frau niemals die Position des Lehrers übernehmen kann. Wie soll sie da die Erziehung übernehmen? Der Frau sollte man jedoch erklären, was ihre Vorteile sind und welchen Nutzen sie dadurch hat. Heutzutage sind viele Frauen ja Biester und Zicken. Es gibt ganze Institutionen, die aus den Frauen Miststücke machen. Der russische Begriff dafür, Stierva, bedeutet Aas, ein Stück faulendes Fleisch, Kadaver. Und heute gibt es ganze Magazine zum Thema, wie werde ich zu einem Miststück und so weiter. Verstehen Sie, wieso das gezielt gemacht wird? Wir brauchen würdige Frauen und keine Miststücke. Wer braucht denn solch eine Frau, die ein Miststück ist? Schauen Sie sich die Etymologie der Wörter an und es wird vieles deutlich. Und wenn die Frau doch die Rolle des Lehrers übernimmt? Dann muss man ihr erklären, was dabei herauskommt. In den Veden wird die Frau mit einem Boot und der Mann mit dem Ruderer verglichen. Jeder hat eine Aufgabe. Wenn aber gleich zwei Menschen versuchen zu rudern und zu lenken, wie kann das Boot dann von der Stelle kommen? Es kommt nichts Gutes dabei raus. Die Aufgaben müssen verteilt werden. Wer am besten am Steuer sitzt, wer rudert, wer wem dient. Die Frau sollte dem Mann dienen und nicht umgekehrt. Das war in unserer Kultur schon immer so. Wenn sie dem Mann dient, so wie das Boot dem Steuermann, dann wird sie in die richtige Richtung gelenkt. Wieso werden die Frauen keine geistigen Lehrer? Zum einen, weil sie anatomisch anders sind. Sie können die Transformation nicht erreichen. Der Mann kann hingegen die Kundalini-Energie nach oben leiten, so dass sein Körper sich auflöst. Beim Tod bleibt dann nicht einmal Asche übrig. So verließen unsere Vorfahren diese Welt. Die Frau ist dazu nicht in der Lage. Sie kann das nur tun, wenn der Mann diesen Prozess durchläuft, dann kann sie sich ihm anschließen. Mann und Frau vereinen sich, und die Transformation tritt auch bei ihr ein. Sie kann das aber nicht alleine erreichen. Deshalb gilt die Frau als diejenige, die geführt wird, und der Mann als derjenige, der führt. Anders geht es nicht. Es sind falsche Werte, wenn man den Menschen erzählt, dass die Frau führen könne. Darunter wird sie nur leiden. Letztendlich wird die Familie zerstört. Die Frau hat ihre eigenen Aufgaben, genau wie der Mann auch eigene Aufgaben hat. Werden die Aufgaben vertauscht, führt das zu Problemen. Was ist aber, wenn die Frau geistig weiterentwickelt ist als der Mann? Dennoch sollte sie nicht die Position des Lehrers übernehmen. Wenn die Frau weise ist, dann wird sie verstehen, dass es für sie vorteilhafter ist, den Mann so zu lenken, dass er nichts davon mitbekommt. Sie muss einen richtigen Mann aus ihm machen und kein Weichei. Wozu braucht sie ein Weichei? Wozu braucht sie so einen Mann? Damit kann sie nur ihre Ambitionen, ihre Selbstsucht befriedigen und ihrem Ego schmeicheln und ihn dabei erniedrigen. Die Ehefrau muss ihren Mann also richtig erziehen, einen richtigen Mann aus ihm machen. Wenn sie ihn zum Beispiel auf die geistige Evolutionsstufe eines Kriegers heben will, dann kann sie das tun, aber so, dass er nichts davon mitbekommt. Nur sollte ich das vor einem Frauenkollektiv erzählen. Was soll der Mann denn tun? Der Mann muss der Frau aufzeigen, welche Vorteile sie davon hat, wenn sie ihrem Mann folgt. Den Weden nach ist der Mann der Steuermann. Er sagt, ob nach rechts oder links gegangen wird. Doch die Frau ist das Boot und hat ihre eigenen Instrumente. Sie bestimmt, ob man etwas mehr oder etwas weniger nach links oder rechts steuert, damit das Boot nicht Schiffbruch erleidet. So steuert die Frau unbemerkt mit. Der Mann steuert und lotet aus. Wie man richtig sagt. Der Mann ist der Kopf und die Frau der Hals. Das ist die weibliche Weisheit. Das ist die weibliche Weisheit. Die Familie und der Mann wurden der Frau gegeben, damit sie die weibliche Weisheit einsammelt, damit sie nicht die Position des Lehrers einnimmt, sondern eine wahre Frau wird, also eine Beschützerin, eine Walküre. Und damit sie aus ihrem Ehemann einen richtigen Mann macht und kein Weichei. Wenn die Frau sieht, dass ihr Mann falsch handelt, dann sollte sie ihm demütig Fragen stellen. Sie sagt dann zum Beispiel, Ich verstehe dies und jenes nicht. Du bist der Mann. Du bist schlau. Erkläre mir doch bitte, wie es richtig ist. Wenn der Mann irgendein Mist antwortet, dann sollte sie weiter zielführende Fragen stellen. Wenn der Mann nun wieder Mist erzählt, versucht sie es aus einem anderen Blickwinkel, wechselt die Perspektive und stellt erneut eine Frage. Sie stellt die Fragen so, dass der Mann schließlich das sagt, was sie ihm selbst sagen wollte. Wenn der Mann dann so weit ist, lobt sie ihn und sagt so etwas wie, Toll, alleine wäre ich da nicht drauf gekommen. Der Mann wird sich dann sicher sein, dass er das selbst erreicht habe und wird stolz darauf sein. Dadurch bekommt er Energie, Qi, und kann nun besser rudern. Doch wenn der Mann herausfindet, dass er manipuliert wurde, wird er es ihr nie verzeihen. Das sind weibliche Geheimnisse. Dadurch hat die Frau die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Da gibt es keine Erniedrigung, keine Diskriminierung. Die Frau muss einfach eine Frau sein und der Mann ein Mann. Die Frau muss ihrem Mann helfen, ein Mann zu werden. Heutzutage sagen manche Frauen, dass es gar keine richtigen Männer mehr gäbe. Alles nur Mistkerle und so weiter. Dann sollten sie doch lernen, richtige Männer auf die Welt zu bringen. Aber nein, sie bekommen einen Sohn und erziehen ihn zu einer Frau. Lernen sie, ihre Söhne zu Männern zu erziehen. Es ist so, dass sich die Frauen aus genetischer Sicht besser gehalten haben als die Männer. Vor allem Männer sind gefallen. Es fand eine Selektion statt. Als das Christentum eingeführt wurde, wurden die Vedumni, also die Weisen und Brahmanen, umgebracht. Sie wurden von Kopf bis Fuß in zwei Teile geschlagen. Es begann damals ein Bürgerkrieg. Auch während des Bürgerkriegs nach der Oktoberrevolution, sollten die Offiziere und Kosaken als Gruppe, als Stand vernichtet werden. Damit sollten die Kshatri, also die Krieger, komplett ausgelöscht werden. Der nächste Stand, die Vaishu, also die Arbeiter und Handwerker, wurden zu Kolaken erklärt und sollten auch als Stand vernichtet werden. Vor allem wurden die männlichen Gene dadurch vernichtet. Die Frauen blieben eher am Leben. In welchem Land wurde sonst so eine Selektion durchgeführt? Deshalb ist es natürlich, dass in Russland Frauen heutzutage eher weiter denken können. Sie sind aktiver und begabter, ihre Gene sind besser erhalten. Also sollten Frauen auf ihre Männer aufpassen, sie hüten und keine Weicheier aus ihnen machen. Sie sind doch selbst daran interessiert, dass so ein Mann rudert und sich weiterentwickelt und vervollkommnet. In seiner Begleitung wird auch die Frau dieses Ziel erreichen. Was ist die Vollkommenheit und wie erreicht man sie? Das ist das Schlimme. Wir haben vergessen, dass unser Ich keinem Geschlecht angehört. In dieser Inkarnation habe ich einen männlichen Körper und muss die männliche Rolle spielen. Und in der nächsten Inkarnation kann ich die weibliche Rolle spielen. Es ist wie beim Schach. Man spielt mal die Weißen, mal die Schwarzen. Deshalb sollte man, wenn man einen männlichen Körper bekommen hat, auch die männlichen Qualitäten und Eigenschaften bei sich entwickeln. Es ist äußerst schwierig, im weiblichen Körper die männlichen Eigenschaften zu entwickeln und umgekehrt. Wenn ich eine Frau bin und männliche Eigenschaften entwickle, dann werde ich zu einer Lesbe. Wieso sollte ich das brauchen? Deshalb hat jeder seine eigenen Lehreinheiten und durchläuft seine eigene Entwicklung. Das sind die Vorteile der weiblichen und männlichen Inkarnation. Das sollte man nutzen und nicht ein mittleres Geschlecht anstreben. So war das zumindest in unserer Kultur. Ich kenne viele, besonders diejenigen, die nur einen Elternteil haben, die von ihren Eltern stark kontrolliert werden. Jeder Schritt nach links oder rechts wird verhindert und dem Kind wird auch noch eingetrichtert, dass es total unfähig sei. Dadurch wird die Evolution behindert. Was soll man da tun? Man sollte Abstand nehmen. Wenn die Eltern das Weltbild des Kindes verzerren, bedeutet das den Untergang des Kindes. Man muss klar sehen, dass unsere Eltern zum Birt wurden. Ihnen wurden falsche Werte aufgezwungen. Ihnen wurden Scheuklappen angelegt, damit sie nicht zur Seite sehen können. Vor sich sehen sie nur Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus, also eine Leckerei, die ihnen vor das Gesicht gehängt wurde und der sie nachjagen und nichts anderes wahrnehmen können. Deshalb können sie ihren Kindern einfach nicht helfen. Wissen Sie, das war schon immer so, dass es in der Gesellschaft zwei Richtungen gab. Die einen evolutionierten und wurden zu Göttern und die anderen degradierten und wurden unweigerlich zu Affen. Es wurde sogar von der offiziellen Wissenschaft belegt, dass zumindest einige Affenarten von Menschen abstammen. Ja, genau. In den Veden steht, dass alle Affen vom Menschen abstammen. Affen heißen Abysiane auf Russisch. Übersetzt bedeutet das, er ist ohne Yang, also ohne die Yang-Energie, die Energie der Evolution. Dasselbe passiert jetzt. Die einen werden zu Affen degradieren, während die anderen zu Göttern evolutionieren werden. Und wenn die Eltern das Kind in die Richtung eines Affen schubsen, dann sollte man von solchen Eltern Abstand nehmen. Aber soll man denn nicht für seine Eltern sorgen? Ich sage nicht, dass man sie verlassen soll, sondern dass man sich selbstständig macht. Dabei muss man für seine Eltern in jedem Fall und mit allen Mitteln so gut es geht sorgen. Kinder tragen die Verantwortung für ihre Eltern. Aber diese Hilfe sollte die Entwicklung der Eltern nicht verzerren. Die Eltern sollten ihre Erfahrung sammeln. Hauptsache, sie ziehen die Kinder nicht mit runter. Aber man muss auf seine Eltern aufpassen und sie versorgen. Niemand entbindet das Kind von seiner Verantwortung gegenüber seinen Eltern. Mit sich selbstständig machen, meine ich nicht die Eltern vernachlässigen, sondern ein richtiger Hausherr werden. Wenn die Eltern das sehen, werden sie dies anerkennen. Und dann entsteht ein ganz anderes Verhältnis zwischen dem Kind und seinen Eltern. Damit leisten wir unseren Eltern moralisch-ethische Hilfe. Wenn wir aber ihrer Führung folgen, machen wir es nur noch schlimmer. Wie läuft das Spiel zwischen Dämonen und Göttern ab? Wir müssen sowohl die einen als auch die anderen ehren. Zur Zeit stimmen die beiden in ihren Plänen zu 100 Prozent überein. In Wirklichkeit war das schon immer so. Bloß wird mit der einen Hand gestreichelt und mit der anderen bestraft. Das eigene Wesen bestimmt das Bewusstsein. Götter und Dämonen haben ihre eigenen Aufgaben und wir unsere Aufgaben. Die Ziele sind eigentlich dieselben, denn sowohl die Dämonen als auch die Götter haben denselben Herren. Nur versteht das nicht jeder. Zur Zeit muss die technokratische Zivilisation weg und an ihrer Stelle eine richtige Kultur aufgebaut werden. Das wissen beide und das gehört zu ihren Plänen. Aber die Technologien bringen doch Fortschritt und Evolution. Nein, nicht in dieser Form. Unsere Vorfahren hatten auch Internet und Raumschiffe. Sie führten ein gesundes Leben. Doch man kann an der Mutterbrust der Natur saugen oder man kann sie beißen, wie das heute geschieht. Um eine Webkamera anzufertigen, muss man sieben Wagenladungen Müll produzieren. So ist es mit allem. Das ist eine Sackgasse. Jedes Jahr verschwinden mehrere Tier- und Pflanzenarten. Alle zwei Jahre verschwindet eine Säugetierart. Alle fünf Sekunden verschwinden fünf Quadratkilometer Wald. Sieben Prozent der Kinder, die heute auf die Welt kommen, sind zurückgeblieben in ihrer Entwicklung. Wenn es acht Prozent werden, werden unumkehrbare Prozesse in Gang gesetzt und die Nachkommen werden immer mehr degradieren. Werden wir dann zu Höhlenmenschen? Haben unsere Vorfahren in Höhlen gelebt? Nein, sie haben das Weltall besiedelt. Jetzt bauen wir Raumschiffe und zerstören dabei die Umwelt. Aber man kann es wie unsere Vorfahren machen und die Raumschiffe züchten, wie Kristalle. Schauen Sie sich die Vimanika Shastra an, in der ein Antriebssystem beschrieben wird. Damals wurde die Umwelt nicht zerstört. Es gibt den technokratischen Weg, wenn anstatt der geistigen Evolution Hilfsmittel eigentlich Krücken verwendet werden. Und es gibt die Kultur, also den Kult des Ra, des Lichts, der Erleuchtung, die geistige Evolution. Aber wieso haben dann Dämonen ein Interesse an der Kultur? Ihr Ziel sind die Rohstoffe. Fragt doch mal, wie viel Gold und Diamanten abgebaut wurden und wie viel davon tatsächlich genutzt wird. Genauso seltene Metalle und so weiter. Ihr werdet feststellen, dass etwa 0,5% tatsächlich genutzt wird. Wo landet denn der Rest? Das wird vom Planeten abtransportiert. Das wussten schon unsere Vorfahren. Das gesamte Weltall ist besiedelt. Es gibt viele Wiesen, die an der Ausbeutung des Planeten als Kolonie interessiert sind. Lesen Sie die Lehrbücher der russischen Offiziere aus der Zarenzeit. Diese Offiziere wussten sehr genau, wer hier alles lebt und wer ihr wahrer Feind war. Forschen Sie mal nach. Das steht auch in den Weden. Unsere Vorfahren wussten das. Sie wussten, wer uns das Gold und die Diamanten als höchsten Wert aufgezwungen hatte. Das sind doch nur Steine. Ich habe persönlich nachgeforscht. Ich war in Krasnovichersk. Dort werden die weltbesten Diamanten abgebaut. Ich habe dort mit den Arbeitern gesprochen. Meine Kuh lebt besser als diese Menschen. Die haben nicht einmal genug Holz, um es warm zu haben. Sie haben mir erzählt, dass alle Diamanten mit Lastern abtransportiert werden und schließlich in Israel landen. Dort soll es angeblich die besten Diamantschleifer geben. Die Menschen selbst haben davon nichts. Aber was passiert damit weiter? Es wurde inzwischen so viel abgebaut, dass man damit Straßen pflastern könnte. Ich wurde auch deshalb bei einer Behörde in Moskau zu einem Verhör vorgeladen. Als ich ihnen vorschlug, ihnen die tatsächlichen Täter zu zeigen, sagten sie, dass die Sache zu groß sei und dass sie sich damit nicht beschäftigen. Doch die Fragen sind offensichtlich. Genauso wie die Antworten. Fragen sie sich, wer davon profitiert. Die Indianer wurden mit Glasperlen betrogen und wir werden mit farbigen Scheinen hinters Licht geführt. Das ist alles ein riesiger Betrug. Unsere Vorfahren wussten, was die wahren Werte sind. Heute sagt man, dass das Gold ja das Geld absichern würde. Aber selbst das stimmt nicht. Haben Sie vom Skandal mit dem japanischen Gold gehört? Das Gold kam aus Fort Knox, dem Goldlager der USA. Aber als die Japaner genauer hinschauten, stellten sie fest, dass es vergoldeter Wolfram war. Wo ist denn das ganze Gold geblieben? Oder haben Sie gehört, was Margaret Thatcher, die damalige Premierministerin Großbritanniens, zu Russland gesagt hatte? Sie sagte, dass sie 15 Millionen Idioten in Russland lassen, damit sie die fremden Ölförderanlagen bedienen. Das wird ganz offen gesagt, auch im Fernsehen. Was wollen Sie mehr? Das Arbeitsvieh, also die Bevölkerung, soll reduziert und das bestehende System zerstört werden, um ein noch härteres zu installieren. Wollen das die Götter auch? Natürlich. Für die Götter ist es folgendermaßen. Die Erde ist im Maßstab des Weltalls eine Art Drüse, die bestimmte Hormone produziert, die für das Universum notwendig sind. Diese Hormone sind die Menschen, die sich zu vollkommenen Wesen entwickelt haben, also Menschen, die die Transformation erreicht haben und zu Göttern in feinstofflichen Welten geworden sind. Sie sind für das Weltall notwendig. Doch die Erde produziert keine reinen Seelen mehr. Sie ist an Technokratie erkrankt. Für das Universum und die Götter ist es also notwendig, dass diese Seelen wieder produziert werden. Das geht aber nur, wenn hier die Kultur vorherrscht. Da wir Strom einsetzen, können sich unsere Gehirne nicht mehr richtig entwickeln. Die Alpha-Wellen werden verzerrt. Wir können nicht mehr richtig meditieren. Wissenschaftler haben das längst festgestellt. Die Dämonen haben ihre eigenen Pläne. Das heißt nicht, dass sie auch realisiert werden. Aber die gibt es. Die Götter haben etwas andere Pläne. Die Götter organisieren gewissermaßen Prüfungen für die Menschen. Und dementsprechend wird jeder in die Welt gelangen, die für seine weitere Evolution notwendig ist. Hier werden die übrig bleiben, die, wie die Wissenschaftler sagen, über das Gehen der Geistigkeit verfügen. Sie werden in den Bedingungen, die auf uns zukommen werden, überleben können. Sie sehen wahrscheinlich selbst, dass ökologische, wirtschaftliche und technologische Katastrophen unausweichlich sind. Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Früher oder später wird die Welt, wie wir sie kennen, zusammenbrechen. Soziologen haben nachgerechnet, dass jetzt ein Arbeiter bereits vier nicht arbeitende Menschen versorgen muss. Kinder, Alte und so weiter. Schon bald werden wir das nicht mehr stemmen können. Wir produzieren Abfälle statt nützliche Produkte. Wer wird das überleben? Nur die, die bereit sind, die Kultur wiederherzustellen, ihre Pflichten gegenüber dem Kosmos zu erfüllen, zu evolutionieren und die Hormone zu produzieren, die das Weltall benötigt. Was wollen denn die Götter mit der sogenannten demokratischen Zivilisation machen? Sie ist eine Krankheit, die die Produktion von notwendigen Hormonen verhindert und muss also verschwinden. Darin stimmen die Pläne der Götter und Dämonen zu 100% überein. Es werden also Prüfungen kommen, die dieser Planet schon sehr oft bestehen musste. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.